Ratensuche im E-Forwarding. Ich starte die Suche. Sie sehen gleich im Startbereich, dass wir multimodal suchen, Luftfracht, Seefracht, LKB oder China. Ich fahre in dem Fall von Deutschland 1055 Berlin nach Shanghai. Ich kann natürlich auch Shanghai City eingeben als Wort. Es geht hier bloß ein bisschen schneller. Ich kann hier aussuchen, was für Equipment die Verpackung ist. Zwei Kisten oder Kartons mit 680 Kilogramm, Volumen 1 Kubikmeter. Ich kann zusätzlich erfassen, welche zusätzliche Dienste ich anbiete, eventuell Letter of Credits erstellen oder Exportabfertigung. Fühle ich in dem Fall nicht aus. Und schon startet die Ratensuche. Ich finde zwei Möglichkeiten. Einmal von Berlin per LKW nach Hamburg und dann mit dem Seeschiff nach Shanghai, eine LCL-Verladung, oder eben per Luftfracht von Berlin nach Frankfurt und dann mit dem Flieger nach Shanghai. Ich sehe die unterschiedlichen Preise und kann jetzt, wenn ich möchte, diesen Preis buchen.